Hey, das ist Musik für dich. Hey, das ist Musik für mich. Denn Musik, die ist nun mal international. In Europa gibt's noch heute viele Sprachen, die man spricht. Und so viele nette Leute, die verstehen sich da nicht. Doch ich kenne eine Sprache, die löst das Problem. Diese Sprache, die kann man in jedem Land verstehen. Hey, das ist Musik für dich. Hey, das ist Musik für mich. Denn Musik, die ist nun mal international. In Madrid und Kopenhagen, in Berlin und auch in Rom. Da braucht man nicht viel zu sagen. Mit Musik, da klappt das schon. Wenn sich junge Leute irgendwo im Tanze drehen, brauchen sie nicht viele Wochen uns es zu verstehen. Hey, das ist Musik für dich. Hey, das ist Musik für mich. Denn Musik, die ist nun mal international. Hey, das ist Musik für dich. Hey, das ist Musik für mich. Denn Musik, die ist nun mal international. International. International.